Ich rufe den ersten Kämpfer in den Ring, ich rufe in die blaue Ecke, Tarek Solitsch! Und ich rufe seinen Gegner in den Ring aus Hamburg, wir begrüßen Merz Jilgerim! Applaus Liebes Publikum Koblenz, ich darf Ihnen die beiden Kämpfer vorstellen. In der blauen Ecke, 27 Jahre alt, aus Bosnien und Herzegowina, ich habe ihn vor, ich glaube, zwei, drei Wochen in Karlsruhe bei einer Fernsehveranstaltung anmoderieren dürfen. Ein sehr interessanter Boxer mit einem, nennen wir es mal, unkonventionellen Boxstil, der mit Sicherheit über eine Menge Erfahrung verfügt. Wir begrüßen Tarek Solitsch! Applaus Sein Gegner in der roten Ecke ist 17 Jahre alt, ganz, ganz junger Kämpfer. Er kommt aus Hamburg, gilt als wirklich ganz, ganz großes Talent. Sein Kampfrekord, zwei Kämpfe, zwei Siege, davon ein Sieg durch Knockout. Wir begrüßen in der roten Ecke Merz Jilgerim! Applaus Ringrichter aus Hasloch, Herbert Urich, dieser Kampf ist angesetzt auf vier Runden, nach drei Minuten. Ringfrei, Runde eins. Ringreich, Rundfunk, 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 Rundfunk. Ringreich, Rundfunk, 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 Rundfunk. Ringreich, Rundfunk, 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 Rundf Ich glaube nicht, dass es besonders ist, ja. Weil wenn du das Weiß hinten anguckst, das passt. Stopp! Das ist schon überstrahlt im Weiß, aber der Rest ist dunkel. Soll ich die Falter dunkler machen? Kann ich gerne machen. Ich mache inzwischen alles manuell übrigens. Nein! Betreuer raus, Seconds out, Runde 2. 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 Get up! 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 Wir kommen zum ersten Urteil heute Abend, Sieger durch TKO Runde 3 und damit weiter ungeschlagen, Merz Hildim.